Feindliche Übernahme. Wie der Islam den Fortschritt behindert und die Gesellschaft bedroht. Ja, das fetzt. Das Neubuch vom alten Sarrazenen Thilo Sarrazen kommt Ende August. Das SPD-Mitglied vermarktet den Spagat zwischen seiner SPD-Mitgliedschaft und seiner Islamophobie gekonnt bis brillant. Würde sowas ein AfD-Mitglied zusammenschreiben, kein Schwein würde sich aufregen. Und Thilo hat mit der Bild ja auch eine erstklassige Marketingagentur. SPD-Bundesvize Ralf Stegner will nun wieder prüfen, ob man ihn rausschmeißen kann. Berlins SPD-Chef Michael Müller sagt, inhaltlich und verbal habe Sarrazin sich schon lange von der SPD und ihren Werten verabschiedet. Jetzt müsste man nur noch wissen, was er damit genau meint. Aber scheißegal. Gelesen hat das Buch sowieso noch niemand. Und wer einen Blick riskiert hat, darf nix sagen. Der Verlag droht bei Verletzungen der Sperrfrist mit einer Strafe von 500.000 Euro. Dabei ist Sarrazin doch eigentlich ein ganz klassischer SPD-Mann. Wissenschaftlicher Mitarbeiter der Friedrich-Ebert-Stiftung, Referent und Referatsleiter in verschiedenen Ministerien, Redenschreiber von SPD-Finanzminister Hans Apel. Nach dem Ende der sozialliberalen Koalition blieb Sarrazin im Bundesfinanzministerium, wo er die deutsch-deutsche Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion mit vorbereitete. Nach der Pension dann die umstrittenen Bücher. Bei Heiner Geißler nannte man das Altersweisheit. Bei ihm Altersverwirrung. Prost! 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 Aber eins ist klar. Der Typ versteht was von Geld. Als Finanzsenator von Berlin hatte er 46 Nebentätigkeiten. Mit seinem letzten Schinken, Deutschland schafft sich ab, hat er angeblich über 3 Millionen Euro verdient. Das Problem? Er ist mit seiner Vita und seinen Büchern dem SPD-Wähler womöglich viel näher als die Spitzengenossen vermuten. Und weil Sarrazin was von Geld und Marketing versteht, wird er sich auch nicht aus der SPD verabschieden, wie Henrik M. Broder ihm rät. Das würde nämlich der Krawallmarke Sarrazin schaden. Sein alter Verlag wollte das neue Buch übrigens nicht veröffentlichen. Die Welt schreibt, dem Verlag sei zu viel Ausgrenzung und zu wenig Integration drin. Als PR-Profi hat Sarrazin natürlich geklagt. Sein Ruf sei in Gefahr, sagte er derzeit. Alle Zitate und Quellen seien belegt. Sarrazin trägt Verantwortung, über das Buch hinaus. Als SPD-Mitglied und vielzitierter Autor müsste er wissen, dass er mehr liefern muss als den Treibstoff für einen dumpfen Nationalismus. Sonst geht's halt nur ums Geldverdienen. Kann man so machen, ist aber kacke.